Mit dem 8.com Awareness Portal sparen Sie nicht nur personelle und finanzielle Ressourcen im Vergleich zu herkömmlichen Frontalschulungen und Trainings. Sie behalten auch jederzeit den Überblick über den Fortschritt Ihrer Awareness Kampagne. Dafür schlüpfen ein oder mehrere Ihrer Mitarbeiter in die Rolle des Kampagnenmanagers und verwalten so den Verlauf und den Fortschritt Ihrer Sensibilisierungsmaßnahmen. Dem Kampagnenmanager stehen dafür verschiedene Funktionen zur Verfügung. Die Unternehmensverwaltung. Strukturieren Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Lerngruppen und Standorte anlegen. Legen Sie Mitarbeiter für die Aufgabenbearbeitung im Awareness Portal an und ordnen Sie diese bestimmten Lerngruppen zu. Auch können ganze Datensätze mit Hilfe des CSV-Imports hochgeladen werden. Die Aufgabenzuweisung. Wählen Sie bestimmte Portalinhalte wie Videos, User Guides, Web-based Trainings oder Examen bestimmten Lerngruppen zu und legen Sie konkrete Bearbeitungszeiträume fest. Auch die Erstellung eigener, individueller Examen ist hier möglich. Die Erstellung eigener Inhalte. Importieren Sie eigene Dokumente im PDF-Format ins Portal und weisen Sie einzelnen Lerngruppen zu. Die Zertifikate. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter durch die Erstellung von Zertifikaten, die gleichzeitig Beleg für den erfolgreichen Abschluss eines oder mehrere Themengebiete sind. Dabei können Sie frei wählen, ob das Zertifikat die gesamten Portalinhalte, einzelne Themengebiete oder eigene Inhalte umfassen soll. Der Mitarbeiterstatus. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und behalten Sie den Fortschritt Ihrer Kampagne jederzeit und detailliert im Blick. Überprüfen Sie, welche Aufgaben im Portal bearbeitet wurden, welche noch nicht und welche Zertifikate ausgestellt wurden. So können Sie als Kampagnenmanager immer mit nur wenigen Klicks den Fortschritt Ihrer Awareness-Kampagne mitverfolgen. Die Einstellungen. Das Portal bietet Ihnen als Kampagnenmanager zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Passen Sie E-Mail-Benachrichtigungen an und legen Sie einen zentralen Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Informationssicherheit fest. Übertragen Sie Ihre eigenen firmeninternen Unternehmensrichtlinien in das Portal, damit die Inhalte gemäß Ihren Vorgaben für die Mitarbeiter bereitstehen. Dadurch wird das 8.com Awareness Portal zu Ihrem Portal und erfüllt so die Compliance-Anforderungen Ihres Unternehmens. So steuern und evaluieren Sie mithilfe des Awareness Portals schnell, einfach und individuell das Sensibilisierungsniveau Ihres Unternehmens. Nebenbei können die Prüfergebnisse auch für interne Security Audits genutzt werden und dienen so als Grundlage für ISO-Zertifizierungen. Das Awareness Portal von 8.com.